So ist es wie beim Motocross. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag. So, wie soll ich einparken? So, jetzt musst du natürlich auch nochmal umdrehen, damit die Zuschauer auch wissen, was hier los ist. Also das ist heute erschwerte Bedingung. Jetzt musst du auch erklären, was denn passiert ist. Ja, ich hab gedacht, also ich mach mal ein Hochhacking, ich möchte kurz drauf beweisen. Ein Hochhacking und ein weniger Hochhacking, wir erklären es gleich. Erstmal herzlich willkommen, wir freuen uns auf Sie. Warte, soll ich dir ein Händchen geben? Oh ja, ehrlich gesagt, jetzt bin ich nämlich todesmutig. Ich geb dir mal was ganz anderes. Meine Schuhe. Gib mir mal den Schuh, ja. Und jetzt popfe ich mal hier so in sportlicher Höchstleistung. Also meine Damen und Herren, falls Sie denken, was ist denn jetzt los? So, jetzt kommt der Fuß in die Theke, den Schuh stelle ich dir hier rein, ja? So. Herzlich willkommen. Guten Abend und herzlich willkommen zu Sensa. Yo, wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Stunde und zur Erklärung, ich sag's lieber gleich, ich hab den Fuß gebrochen in einer total banalen und langweiligen Situation. Ich würde so gerne behaupten, ich wäre Fallschirm gesprungen. Wir hatten das doch mit dem Rafting und Freak irgendwas cooles, leider gar nichts. Ich bin nur leider auf einer Treppe total doof aufgetreten und puff war irgendwie der ganze Knochen durch. Damit ist das Thema abgehackt. Wundern Sie sich bitte nicht, meine Damen und Herren, warum ich heute hier so flatschig rum sitze, wir die Seiten getauscht haben. Aber ich muss sagen, ist auch schön. Das became so, ne? Alle kümmern sich um mich. Das ist so.